Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr diesen Video gefällt. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch mehr Video soll ich machen. Ihr könnt diesen Text lesen. Folgt mir auf Instagram, wone1608 und abonniert mich auf YouTube. Ich hoffe, ihr verpasst noch nie YouTube Videos. Dann könnt ihr diesen Text lesen. Fussballplatz gesperrt. Ja, ich find's mühsam. Diesen Video geht eine Minute. Ja, ich kann nichts ändern. Aber wegen dieser Corona Situation und diesen Text heißt Fussball ist gesperrt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich kann auch nichts daran ändern. Aber wenn ich zu Hause bin, dann kommt das Video online. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und macht's gut. Schönen letzten Ferien. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und ja. Sobald ich zu Hause bin, dann kommt das Video online. Tschüss. Sobald ich zu Hause bin, kommt das Video online. Tschau. Schönen restlichen Ferien. Abonniert mir auf YouTube. Dann verpasst ihr noch nie YouTube Video. Und per Wohne 1708 Folge auf Instagram. Und tschüss. Sobald.